Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr seht, habe ich mein Gabekostüm an. Und zwar mache ich heute mein Gabetanz, zeige ich euch heute. Und zwar freue ich mich schon richtig drauf auf das Video. Und ich kann leider nicht den originalen Tanz machen, weil wir machen eine Hebung. Und da brauche ich dann, wenn noch Leute, um dann halt die Hebung zu machen. Und das sieht dann noch ein bisschen komisch aus, wenn ich da so alleine stehe halt. Und dann habe ich mir noch andere Schritte überlegt. Weil, also wir dürfen nicht unsere Musik von dem Gabetanz benutzen, weil das Lizenzmusik ist. Und die dürfen wir nicht bei YouTube benutzen. Und deswegen haben wir eine andere Musik geholt, aber die dürfen wir bei YouTube benutzen. Und da wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich einen Orden gekriegt. Das ist richtig cool, der Orden. Und das ist richtig, richtig cool. Und dann würde ich auch sagen, los geht's! Das ist richtig, richtig cool. Und dann würde ich euch noch mal. Musik So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat der Garde-Tand richtig gut gefallen und ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr auch in einer Garde seid. Ich bin auch in einer Garde und ich freue mich schon richtig auf meinen zweiten Auftritt, weil ich hatte ja vor kurzem einen Auftritt gehabt und da muss ich halt nochmal auftreten und da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren. Das würde mich super, super freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Vielen Dank.